Frans Bleu Ilsaas Immerhebzlos im Ilsaas und das erwähnen wir gerne jeden Tag ab drei Viertelzehnen in unserem Studio mit verschiedenen Gästen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir Richtung Erstein. Und da finden wir Patrick Kiefer, wie bei uns ist. Bonjour Patrick. Bonjour. Ihr seid Adjoint der Gemeinderat von Erstein. Was machen ihr genau in Erstein? Ich bin immer mehr im sozialen Bereich, Solidarität und Affairessozial. Aber das ist auch wichtig. Frans Bleu Ilsaas ist diese Woche eine spezielle Woche für den Sommerholz. Wir werden auch von Solidarität sprechen. Ein bisschen sehen, was wir hier machen in Erstein. Und natürlich auch in dieser Weihnachtsperiode ist auch viel Lust bei uns. Wir haben eine Weihnachtsmerung und der geht wieder in diesem Weekend weiter. Und von dem werde ich auch ein bisschen reden und erzählen, was in Erstein passieren wird am Sonntag. Da ist viel Lust. Das werden wir uns das Programm ein bisschen verraten. In ein paar Minuten. Und natürlich zuerst ein bisschen mehr vor über die Nähigkeiten von Erstein, was da los ist. Und vor dem Sommerholz. Was noch alles machen, sagen wir uns, Patrick Kiefer. In drei Minuten nach dem Jean-Jacques Gollmann Il suffira d'un seigneur. France Bleu Ilsaas France Bleu Il suffira d'un seigneur. Un matin Un matin tout tranquille Et serein Il suffira d'un seigneur. Un camp damit auf Dichirer Et mit unserem Buch Untertitelung. BR 2018 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 über Wienorten in Erstein und sowieso die ganzen Vereine haben noch eine Permanence hinweg. Das finden wir alles, wenn man in die Märie kommt. Auf der Seite des Internets der Märie finden wir die ganze Permanence. www.erstein.fr Ganz genau. Aber du gratulieren wir alle, wie ich heute Morgen habe noch einen speziellen Verein, wie die Leute vielleicht nicht kennen in Erstein. Und dann ist Caritas, Risto du Korps, haben Sie einen Verein wie in Erstein gegründet, wo er ist, oder nicht? Die gegründet nicht, aber wir haben viele Vereine, wie sich um die Leute wie in der Not sind bequemmern. Wir haben eine Konferenz St. Vincent Paul, wir haben auch kleinere Vereine und größere. Und die schaffen alle miteinander, um den Leuten zu helfen in dieser Wienortenzzeit. Aber das ist wunderbar. Und die Wienortzzeit werden wir mit dir erwähnen, Patrick Kever und Franz Bleu Elsass in drei Minuten. Franz Bleu Elsass und Franz 3 Alsace, wie wir treffen in drei Minuten. Und da wollen wir morgen miteinander die Woche, eine spezielle Woche, eine Woche für den Zusammenhalt, für die Leute, wie es Brüche tun, wie es sonst schön gesehen hat, in dieser Weihnacht- und Winterzeit. Das alles in drei Minuten nach der Amigus. Franz Bleu Elsass, der erste Rietal-Radiosender. Da sind wir daheim. Jede Nacht Nur an dich gedacht Wieder mal Kein Auge zugemacht Unser Himmelwelt ist kalt und leer Du fehlst mir hier so sehr Ich schließe meine Augen Und freu mich zu dir her Baby Blue Du bist mein Ausflug in den Himmel Ich spür alles singen Baby Blue Du bist mein Ausflug in den Himmel Ich spür alles singen Die Liebe ist erwacht Baby Blue Baby Blue Sag mir wo bist du Wie im Raum Ich seh nur noch dein Gesicht Ich seh nur noch dein Gesicht Baby Blue Baby Blue Du bist mein Ausflug in den Himmel Meine Reise zu den Sternen In dieser Nacht In dieser Nacht Baby Blue Baby Blue Baby Blue Du bist mein Ausflug in den Himmel Ich spür alles singen Ich spür alles singen Die Liebe ist erwacht Baby Blue Baby Blue Du bist mein Ausflug in den Himmel Meine Reise zu den Sternen In dieser Nacht In dieser Nacht Baby Blue D'Amigos zu franzbleuelsos.fr Und klisch, ket franzbleuelsos am Televisio torich Kürte Mori Hervé Kürte Mori Nola Alors, wo nous emmenez-vous Aujourd'hui, Jonathan? A Erstein Für die Wienhorts Marik und die Wienhorts Stimmung Après avoir allumé Les deux bouchées De la Couronne de l'Avent On pense déjà A la 3e Ce week-end Et on continue A aller A ce Marché de Noël Mit dem Patrick Kiefer Von der Gminnerad Von Erstein Wie bei uns ist Patrick Ich habe gehört Du bist ein Prominent Deziger Kommen zu euch Ja Am 1. Dezember Wo der Marik Der Wienhorts Marik Aufgegangen ist Da haben wir Philippe Grandelorand Auf uns Ine Troupe Auf unserer Schlittschöbahn Wie wir in Gericht Und wie da ist Bis am 6. Januar Und es geht Wie gesagt An dem Wochenende Mit viel Sorgen Natürlich Die Chalet Wie wir da sind Mit glühten Sorgen Zum Essen Und zum Kaufen Aber es gibt Da so Theaterstücke Wie gehört Wie gespielt werden Es gibt Am Sunday Gibt es eine Troupe Wie durch geht Und wie Glani Senetle spielt Mit dem Publikum Was das Publikum Mit kann machen Es entsteht Ich stehe 25 Minuten Türe Eins heisst Babushkas Und das andere heisst Le Chaudron Magique Und das spielen sie dann Mit dem Publikum Da kann man auf dem Eis Auch ein bisschen rutschen Wie gesagt Es gibt verschiedene Sachen für die Kinder Wie vorgestellt sind Was ist anbelangt Ihr seid noch Verantwortlich Für alles Was den Zusammenhalt Anbelangt Und da gibt es Ein schönes Konzert Am Sunday In der Kirche Am Sunday Am 5 Gibt es In der Katholische Kirche Saint Martin Gibt es Konzert de la Solidarité Mit dem Gesamt Gesamtverein Von Erstein Und was Ingenommen wird Auf dem Plateau Ingenommen geht An zwei Vereine An der Secours Populaire Und an die Konferenz Saint-Vincent-Paul Von Erstein Und es ist Am 5 Mit aus In der Kirche Am Sunday Es ist Kustlos Ich meine Es ist Ein Plateau Es ist Ein Plateau Und das Geld Wird dann in den Vereinen Gibt Und das hilft Ein bisschen Im Zusammenhalt Zu Ja Die Vereine Die nutzen Das wieder Um Weder In den Lied zu Helfen Wie in der Not Sind Konferenz Saint-Vincent-Paul Gibt Koli Alimentaire Gibt aber auch Geld In den Leuten Helfen Wenn sie Geldsorgen Hennen Bissl Und in dieser Zeit Kann man auch Ein bisschen Rumspazieren Und die Güte Wien-Ort-Stimmung Verbringen Natürlich In Erstein Das ist Alles Das ganze Programm Dann sind Verschiedene Sachen Wie noch Organisiert Es sind Da schon Musik Gibt Das alles Finden Wir Auf dem Seid Internet Will Bindestrich Erstein Punkt Und natürlich Ist Alles Vorgesehen Von Parking Und alles Kommt Kommt Hans Propb Der Hans Droppe Ist auch Mord Und Betreut Von De Kommersant Von Erstein Und Der Ist Schon Am Fried Dodo Weil Am Fried Domo De Kommersant Nocturne Bis To Sommer Dodo Kommer In Kof Gehen Und Schenig Schang Gafin Dessich Olsom Wien Orts Marik Von Erstein Hervé Allez Sie Erstein Ce Weekend Comme France Bleu Alsace France 3 Alsace On A Notre Semaine Spécial Solidarité Verte Sommer Holt Vous Pourrez Aller A Ce Beaux Concert De La Solidarité Dimanche Aussi Avec La Différent Chorale Erstein A 17 Heure A L'Eglise De Erstein Merci Jonathan Nous aussi Nous parlerons De Concert De Noël Un peu Plus Tard Dans Notre Stammtisch Bonne Journée A Vous Sur France Bleu Alsace Point Fr France Bleu Alsace Frans Bleu Frans Frans Bleu Alsace Frans 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 Vielen Dank.